Mahlzeit. Ich bereite gerade einen Circuit Bending Workshop vor. Ich bin angereist nach Osnabrück mit meinem ganzen Kram. Wir werden hier im Haus der Jugend einen wunderbaren Circuit Bending Workshop abhalten. Ich denke mal, das wird ziemlich interessant. Der Workshop wird veranstaltet im Rahmen des European Media Art Festival in Osnabrück. Heute haben wir den 21. April. Ich bin ein bisschen außer Puste. Das ist also der kleine Saal. In diesem kleinen, wunderbaren Saal, der eigentlich gar nicht so klein ist, werden wir unseren Circuit Bending Workshop abhalten. Na, mitten in Vorbereitung. Hier ist schon mal meine Ecke so ein bisschen voll überfüllt. Da Geschmäcker verschieden sind, haben wir für die ganzen einzelnen Teilnehmer unterschiedliche Sachen besorgt. Hier hätten wir Yamaha PSS-130, hier hätten wir Bon Tempi BT-705, Casio ML-2, Vitech Genius Moon Junior Movie, hier Yamaha PSS-100, Casio SA-10, Yamaha PSS-50, Gitarre, Lehtron MC3, Elite MC3000, Lehtron MC3 Klon, Mixme DJ und noch einen Vitech Genius Junior Profi. Hier die Menge Lötkolben. Da habe ich schon mal ein paar Geräte mitgebracht, hier zum zeigen, was man daraus machen kann. Meine Drum Computer, Vitech. In Kong EK-001. Ach, schade. Erstmal falsch rum hingelegt. Ja, das kann man natürlich machen. Weißt du, so ein Instrument damit abgüßt, ist dann doch witzigerweise. Da kann man damit nicht anschließen, oder? Ja, das kann man nicht so spielen. Aber das ist ja auch. Das ist ja geil. Ich kann doch mal das auch nicht. Damit kann man das mal aufwachen. Also, wir haben sich in Südteil Töne kriegen. Sie kriegen so, nicht? Mö. Und so habe ich dann dann ganz so zusammenpacken. Das ist ja auch zu dem. Das ist ja auch zu dem. Wie du dann was kann. Abwechslung Das ist ein bisschen aus. Das war mal ganz schön. 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 Das war jetzt so frisistisch, oder? Ja, ja. Genau. Wenn das so gut ist, kannst du... Ich dachte, das war mal ein bisschen. Die machen auch heiß. Das war mal ein bisschen. Das war mal ein bisschen. Die müssen ganz vorstellen. Das ist mir sehr zu auf, wenn man das in der letzten Jahren noch gar nicht sein wird. Das geht nicht um. Das geht nicht um. Aber was soll ich? Ich habe immer gemerkt, dass es irgendwo ein Traum ist, der in die Kreditkarte ist. Das ist ein Kreditkarte. Das geht nicht um. Das ist ein Kreditkarte. Ja, ja. Die Frau, denke ich, auch. Du? Du bist ja nicht. Ja, wenn? Ja, ich bin nicht. Denken nicht nur ich. Ja, das geht nicht um mich. Ich bin auch bei der limite eingebunden. Das war dann auch ganz schön. Also, die gerät nicht so etwas erzählen. Untertitelung des ZDF, 2020